Moin Leute, hallo zum nächsten Video von dem guten alten Typen, der gesagt hat, der will regelmäßig was hochladen. Was sagst du dazu, Linus? Hallo. Nein, ich muss stehen bleiben. Ey, dafür kann ich jetzt mein Spiegel heile machen. Wie du da hinten stehst und winkst. So, ich hoffe, der ist fest. Der muss fest sein. Warte, ich mach dich ein Stück lauter. Ich hoffe, dass man dich überhaupt hören kann im Mikrofon. Aber ich denke schon, Leute. Doch, ich denke schon. Leute, wisst ihr was? In der Zeit, wo ich weg war, habe ich Wheelies gelernt. Ich bin jetzt Wheelie King. Ihr dachtet, ich ziehe jetzt einen Wheelie, aber ich kann euch ja noch nicht hier auf die Dings... Ja. Wir wissen gar nicht, was wir heute machen wollen. Wir schreien ein paar Leute an, wünschen ein bisschen rum. Wir sind extra in die Stadt gefahren dafür. Boah, ich bin echt komplett nass. Wir hatten gerade so ein kleines Schlamassel. Wir standen gerade bei Luis. Und Linus wollte sich gut bessere Kopfhörer für seinen Sena kaufen. Wir standen da gefühlt 45 Minuten, haben uns komplett den Arsch abgeschwitzt, dafür, dass sie die Kopfhörer nicht hatten. Im Endeffekt haben wir 45 Minuten für zwei Red Bulls gewartet. Marius! Nein, ich glaube, das ist normal in der Stadt, dass sowas passiert. Oh nein, jetzt stehen wir hier. Jetzt wird... Jetzt stehen wir hier. Okay, wir stehen doch nicht. Das wäre so eh... Achso, weil der da guckt. Ja. Das wäre so kacke, Mann. Schrei die Hand, schrei die Hand. Das hat sie nicht... Boah, Alter, war das Lass. Hinter uns ist ein Porsche. Süßer Hund! Okay. Besserling, Mann. Breath mal. Boah, das ist schon so ein Biker-Bro-Moment. Ey, wenn ich du wäre, würde ich diesen Heizungs-Dings daneben und uns einfach jetzt einen schönen Tag wünschen. Aber die müssen die Fensterscheibe runter machen. Irgendwie so. Sag denen, die sollen die Scheibe runter machen. Nein. Ach, du musst dir einen schönen Tag wünschen. Hallo. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke. Danke. Wie bitte? Danke. Danke. Die waren wirklich süß. Wo kam man da gerade aus? Nee, ich glaube nicht. Nee, doch, hier ist wieder hier. Ja, aber da ist Fahrradweg. Was? Ihr guckt doch das Schiff. Ah, fuck, ja. Stimmt. Oh mein Gott, schneid das auch. Wir sehen schon cool aus. Wir sehen wieder cool aus. Hey, da ist ein Blitzer. Ja, wegen, ähm, wo Opa war. Achso. Blitzer sehen schon gruselig aus. Ja. Ah, stoppig. Stoppig. Bin ich nur mehr rein, würde ich erst mal gekommen. Wir haben irgendwie noch zu wenig Cringe in dem Video. Wir müssen noch irgendwas Dummes machen. Ich renke dem Opa zu. Oh Gott. Okay, guckt mich nur blöd an. Moin. Ah! Oh, nein! Oh, schwein. Oh, ich hab die gerade noch angeschrien. Ich weiß. Ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Ja, aber weg, das sind wir nicht da. Okay. Guckt mich nicht so an, Bro. Ich hab euch nichts getan. Ich hab gar nichts gemacht. Eine, vier. Ich glaub, hier rechts geht's zum Bahnhof gleich. Ja, eine weiter noch. Eine weiter? Da, wo du musst stehen. Ja. Ja, das meinte ich nicht. Aber wenn du das sagst, dann weißt du es. Hey, frag ihn mal, ob er Bock auf ein Rennen hat. Entschuldigung. Stoppi. War oben, oder? Ja, wir finden ja. Er guckt mich komisch an, Mann. Wie viel Akku hab ich's überhaupt noch? Ja, genug. 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 Schönes T-Shirt! Ich hab' ja noch ein Kahn. Digga, R1 hat Angst davor. Ja, ich hab' ja noch ein Kahn. 100? Voicecrack, digga. 100. Höhep! Gleich am Bahnhof impfen! Hier ist eine Brücke. Haha. Haha. Hübscher Koffer. Fick dich! Ich könnte den Spiegel verstellen, aber ich hätte Angst, dass der... Wenn du den jetzt verstellst, der wird nie wieder zurückgehen. Oh, grün. Oh, grün. Grün. Aber... Oh nein, jetzt stehen wir! Fuck! Aber hier stehen wir bei den Norden, glaube ich. Ja? Hier stehen wir bei den Norden, ja. Natürlich. Das weiß ich, weil... Das hab ich gehört. Für ein Schulprojekt, ne? Haha. Hahaha. Genießt du grad eigentlich diese Zeit zu zweit? Ja. Natürlich. Mit jedem auch. Ich muss ein bisschen Ars nüften. Oh, ja. Bah! Du bist irgendwas voll ins Gesicht geflogen. Schmeidung. Entschuldigung. Kannst du tanzen? Ja. Willst du was tanzen? Ja. An der nächsten... Obwohl... Ich glaube, wir haben gleich grün. Nee, wir haben noch nicht grün. Ja, jetzt. Ach, schnell. Doch, wir haben jetzt grün. Scheiße. Wollten wir nicht Liegestütze machen? Come on. Oh, schnell bevor es wieder grün wird. Mein Arsch ist wieder ziemlich warm. Ah, warte doch, hier ist Hertel. Was? Hertel ist hier. Da haben wir unseren Auto, unseren Karren geholt. Oder meine Eltern. Ich weiß, ich weiß jetzt wo wir sind. Aber ich weiß nicht wo wir jetzt hinfahren. Ja, wenn wir in diese Richtung fahren sind wir irgendwann wieder an einer Stelle wo wir hinwollen. Das sehen wir dann, wenn wir wissen wo wir sind. Dann sagen wir einfach, wir wollten genau hier hin, damit es nicht auffällt, dass wir dumm sind. Ja. Bisschen leiser bitte. Schönen Tag, bitte. Digga, war das laut. Das tat richtig weh. Das tat auch immer mal in meiner Kiele weh. Hallo. Hey, hier. Grüß doch. Abonniert meinen Kanal. Ich brauche YouTube. Ich bin immer ein ehrlich, oder? Ich hatte sie richtig böse angeguckt. Schöne Bäume. Siehst du irgendwo diesen Fernseher-Turm? Fernseher? Und jetzt grün. Oh, jetzt fährt die Frau. Junge, bleibt doch nicht stehen im Kreisel, Mann. Hier ist die Frage, wo muss ich für hin? Da, der links ist Tu im Fernseher. Ja, genau. Deutschland, gut. Ich weiß nicht mehr, wie flacko ich noch hab. Einfach ein bisschen längser. Wieso chillt ihr hier mit einer Schubkarre, Alter? Alter, hat die geschossen? Ja. Hat die geschossen? Ja. Aber ich glaube, er war nicht da. Schade. Egal. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Allein, Baby. Aber der wird grün schon richtig stark. So, ich weiß nicht mehr, wie viel Akku ich hab. Aber ich glaube nicht mehr so viel. Deswegen, ich möchte mich jetzt kurz verabschieden. Du musst jetzt einmal kurz nicht hinhören, weil das ist sonst cringe. Warte, nein, wir machen das anders. Fahr mal langsamer. Ich muss kurz aufholen. Oha. Schneiderfrei. Mach ich. Warte, ich muss auch einen machen. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Liked, kommentiert, abonniert und bis zum nächsten Video. Haut rein und... Mmh.